Musik 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 « »Gunny« 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 Das ist ein Explosion-Produktion. Wieder mal ein Doppelpack für Luka Korte, hier Hacke, Spitze, eins, zwei, drei und dieser Pass ist einfach nur exzellent. Achtung, bunte. Tja, Hauptversammlung, Jubiläumskala die Woche und viel, viel Trainingsarbeit. Und bei Waldorf endlich mal wieder stimmen die Zahlen. Soleimani, versucht es mal. Chilic, eingewechselt. Flanke, gar nicht schlecht. Oh, Achtung, die Möglichkeit! Und die Mannheimer weiter muss, ich wissen, die Nachspielzeit herein. Verratti, und da verpasst noch nicht. Die Gelegenheit ist lieber am Ende beim Schub zu durch. Dort muss Rapport gut. Und jetzt zwei spannende Stimmen zu sehen. Gegeben ist Hilmar an Kompi, gerade eben aus der 2-0-8. Anfangsphase, echte Chancen hat es bis dann nicht gegeben. Doch dann bringt Mete Chilic den Ball in den Strafen. Das war gut, dass sie ganz gut zugemacht haben. Da rührt auch die ganze Mannschaft erst mal zu Mete Chilic. Da wissen Sie ganz genau, dieses Tor von Benedikt Köln ist zu großem Anteil gegen Mete Chilic aufgrund zu schreiben. Gäähn! Es ist Mensch, ja auch ein Geborg. Ganz ganz reich. Aus in die Kolstädter Sicht. Die Mannschaft betreibt mir sehr lange Flanke. Vorn im Koffi nicht schlecht von Michael Heimloft. Jetzt Achtung, Korte. 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 Jetzt Achtung, Korte.